Als ihr in mein Büro reingelaufen seid, wusste ich, dass ihr es verkauft habt. Ich wusste... Bis jetzt ist doch nichts verloren. Es ist alles eingeleitet. Da gibt's kein Zurück mehr. Verstehst du, dass mein Arsch hängt davon ab. Nicht deiner. Was sagt denn das? Wir kriegen das hin, Jenny, dazu. Na, glauberst du ne Scheiße. So, und jetzt...